Ein noch nie in der Geschichte der zweiten Republik da gewesener friedlicher Protest von über 100.000 Menschen, die mit der Politik der aktuellen Regierung in Österreich im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen einfach nicht zufrieden sein können, begann einige Stunden vor dieser Aufnahme an dieser Stelle. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir möchten niemanden ausschließen. Denn egal, wie lange dieser Krieg auch immer dauern möge, die Liebe wird sieben und dann werden wir zu euch zurückkommen. Ja, die wichtigste Frage ist, ist das die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen wollen? Bara Scheinberg ist kein Bundesstaatserfüllst. Wir haben viel zu lange schon getan, was wir uns sagen. Und viel zu lange nicht gespielt, bei jedem bösen Spiel. So haben wir uns das beigetragen, in allen Redenstagen. Frieden, Freiheit, Eichheit, das war unser Ziel. Und niemals setzen wir die Gaut, wer ihr wirklich seid. Ihr habt unser Land verraten, wir seien unsere Feind. Wir werden nichts aufgeben, eben im Lappengewicht. Unser Volk wird sich erheben, und wir zählen euch vorgehebt. Unsere Freie ist nicht heute, denn sie wird aus gut gemacht. Und aus Ehrlichkeit und Freie, um die Wahrheit, um die Wahrheit, um die Wahrheit, um die Wahrheit, um die Wahrheit. Wir hören schon viel zu lange zu, was sie uns erzählt. Und wir haben alle dem, nicht hier auf dieser Welt. Wir lassen sich die Walten drehen, und wir dürfen dann wählen. Sucht ihr ein, fahrt aus, sie nehmen, dann wählen euch vorgehebt. Und niemals setzen wir die Gaut, wer ihr wirklich seid. Ihr habt unser Land verraten, wir seien unsere Feind. Wir werden nichts aufgeben, eben im Lappengewicht. Und unser Volk wird sich erheben, und wir zählen euch vorgehebt. Unsere Freiheit ist nicht heute, denn sie wird aus gut gemacht. Und aus Ehrlichkeit und Freie, um die Wahrheit, um die Wahrheit, um die Wahrheit, um die Wahrheit, um die Wahrheit. Nichts braucht viel, die Ewigkeit, denn alles geht vorbei. Kinder spielen uns an Licht, alles wäre uns geschehen. Auf Ende kommt ein Anfang da, und sei auch du dabei. Und reiß die Maske vom Gesicht, wenn wir uns wiedersehen. Und niemals setzen wir die Gaut, wer ihr wirklich seid. Ihr habt unser Land verraten, wir seien unser Feind. Aber natürlich nicht ihr, sondern die Regierung, und wir leben. Wir werden uns aufgeben, eben im Lappengewicht. Und unser Volk wird sich erheben, und wir zählen euch vorgehebt. Unsere Freiheit ist nicht heute, denn sie wird aus gut gemacht. Und aus Ehrlichkeit und Freie, um die Wahrheit, um die Wahrheit, um die Wahrheit, um die Wahrheit. Und die Wahrheit, um die Wahrheit. Und die Wahrheit, um die Wahrheit. Sing it! Sing it! Dankeschön viel! Lassen wir uns zwei ziepfen! Nein! Lassen wir unsere Kinder quälen! Nein! Ihr habt Mut, ihr habt Kraft! Danke! Ihr habt Mut, ihr habt Mut! Danke! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir wollen einen vollen Heldenplatz sehen, wir wollen einen vollen Ring sehen und wir wollen zigtausende Leute sehen, die hier friedlich ihren Protest Ausdruck verliehen haben und wenn wir das schaffen und wenn die Herrschaften in Hoffnung und Kanzler haben, wenn die beim Fenster rausschauen, dann sollten die schon anzumissen, was es getan hat. in diesem Ziel ist alles für unser Österreich, alles für unser Österreich, danke, Glück auf!